Hier, guckt euch den Rotz an, wir sind auf nem Zug. Ich mein, hallo, was soll der krass? Ich hasse dieses Stage. Level Up! Denn wir müssen das Ding immer zerstören. Und dann blasten wir hier durch. Wow. Yikes! Das war der epic Moment des Tages. Und wir kürzen mal ganz fix. Ja, Bärms. Das muss jetzt alles in eine Richtung gehen. Wie war das nochmal? Ne, dann muss der hier so sein. Genau. Wo ist das? Ich hab Angst. Okay. So. Und seht ihr schon, geht weiter. Irgendwissin tricky. Also zu Anfang hab ich da irgendwie aus irgendeinem Grund gebraucht, bis ich da durchgekommen bin. Aber boah, ihr schmeißt mit was? Was schmeißt ihr hier? Ja, nö. Ich hab euch gar nicht lieb, wisst ihr das? Da, ihr seid jetzt nämlich totgegangen. Durch eigene Dummheit. Da hab ich nichts gegen einzuwenden. Höh? Achso, das Boden. Nö. Und let's go. Was mir aufgefallen ist, in der letzten Stage hab ich gar keinen Team-Lash benutzt. So. Aber hört euch weiter die Musik an. Die ist awesome. Die Musik ist einfach awesome. Machen wir das mal so. Dann kann ich euch auch mal was Nettes demonstrieren, wenn man mit Chains alleine ist. Er schmeißt! Ringe! Ringe for everyone! Ringe for everyone! Ja, wie gesagt, die können eben halt Gegner paralysieren oder gar töten. Sollen wir da runtergehen? Nö. Also ich will da nicht. Also, ihr könnt ja gerne machen, aber was eh 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 nicht. Ihr könnt mich nicht dazu zwingen. Okay, let's go. Boom! Ja, der... Die Öffnung ist da irgendwo. Dann nehmen wir am besten Tails für, denn sollten wir hier runterfallen, können wir noch fliegen. Sperm sie. Jetzt brauchen wir Tails wieder. Der macht nämlich hier schön auf. Zack, zack, zack. Und weiter. Okay, ich hab keine Lust mit euch zu spielen. Also... So, jetzt krieg ich aber mal was festen. Okay. Geht wohl nur, wenn Gegner da sind. Okay. Weil man hat mir auch gesagt, ähm... Man hat mir schon Hilfe gegeben, wie man da... Was das eine Mal zu bedeuten hatte. Finde ich sehr nett von euch. Danke. Ja, weiß ich nicht. Nee, egal. Jetzt kann man hier rechts und links immer korrigieren. Immer schön Sachen bekommen. Ja, das war Fail. Das war... Yeah. No Fail. No Fail. No Fail. Yeah. Bam, 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 bam. Shit. Das war... Oh. Ja, Tag, Träumer, Shadow. Oh, krass ist es, wenn ich auf Rails landen muss. In Sonic Adventure 2 Battle konnte ich das. Aber hier krieg ich das irgendwie nicht. Fragt mich nicht warum. Ich kann es einfach hier nicht mehr. Ich bin einfach zu doof geworden. Vom Umsprung von Sonic Heroes zu... Ähm... Achso, da war so ein Tor. Sehr nett. Okay. BAMS. Sonic ist der Einzige, der noch nicht so weit ist. We are. You motherfucker. Aber wenn ich mich getroffen werde, dann habe ich schon mal gut. Dann kann ich mir wenigstens, ähm... den Emeralds herholen und das Ganze jetzt so ewig abhaken. Man. Auf Rails landen. Ihr könnt mich mit sowas quälen. Leute. Team Last ist ja schon wieder vor. Okay, let's go. Ich glaube aber, mein Hassteil dieser Stage kommt noch. Ja, ich weiß. Ich bin ein Abgrundiefer dieser Stage-Hasser. Gebeam-Sie. Ja, jetzt kommt's. Jetzt der Part hier. Der. Der ist Horror für mich. Deswegen. Ja, man muss immer auf die Strecke gucken. Anscheinend verlangt man von einem, dass man das... Da! Wie ich es hasse. Und das kommt noch öfter. Nein! Okay, jetzt bin ich tot. Jetzt bin ich so tot. Jetzt bin ich sowas von... Perfekt. Tot. Und Game Over, ja. Das ist ein E-Rang. Sagen wir Hallo zu unserem ersten E-Rang. Und dass unser Schlüssel flücken gegangen ist. Aber ich hasse diesen Bob-Part. Ich... Das ist der schlimmste Part im ganzen Game. Und den gibt's auch, glaub ich, ne, den gibt's nochmal später. Na, nicht... Oh, ja, Mann! Die Hurenficker! Lass mich doch! Such dir jemand anderen zum Vögeln. Das ist es! Let's keep moving! So! Na, wir waren noch irgendwo drin, oder? Ach, scheiß drauf. Mann, ich hab keinen Bock auf diese Stage. Diese Stage... Sting! Sting! Oh Gott! So, weiter. Schwitz! Diese Stage unter mir haben. Fick dich, Robo! So, jetzt weiß ich aber wenigstens ein bisschen Bescheid. Zu lange her. Und diesen Bob-Part, ich hasse ihn! Ja, ja, ich weiß. Vor allem, man sieht immer so aus so spät schön. Da! Aber diesmal hab ich's geschafft. Hup! Das Gute ist, es geht nicht nach nem Zeitlimit. Das ist das Gute. Man hat kein vorgegebenes Zeitlimit, was man schaffen muss. Also, es ist, glaub ich, alles... Ja, das müssen wir hier durch. Wo ich immer gedacht hab, hä, was ist denn jetzt los? Und jetzt... Jetzt kommt mein... Jetzt kommt ein Schlimmer-Park. Hier, da ist einer, da ist einer. Ja, da, toll. Ich hab die Zeit nicht geschafft. Ja, was wollt ihr jetzt machen? Will ich den Kuchen verbieten? Ist mir auch egal, ey, Leute. Scheiße, ich hab das Video überschritten. Ah, Mann. Fuck, okay. Ich bin so schlau. Und nach 15 Minuten Aufnahme merke ich erst, dass ich überschritten hab, ey. Okay, mach nix. Nehme ich das noch mit auf und teile das in der Hälfte. Bitte, 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 bitte. Ist jetzt auch egal. Ich mein, hallo. Hier mit meiner lieben TV-Karte gibt's nie Probleme. Sonne. Lasst mich ja im Ruh. So, rein da. Und ich glaub, dann haben wir's auch gleich schon. Na, das Gute ist, ja, 15 Minuten, wenn ich das jetzt, es dauert noch ein kleines bisschen. Wenn ich das den Teil dann hab ich doch was Gutes. Bin ich doch... Wow, das geht jetzt... Ja, genau, wir schießen ihm genau in die Nase. Und jetzt... Wollen wir noch ein paar Ränge haben. Dankeschön. Da sind auch noch ein paar Ränge. Ich will Ränge. Aus irgendeinem Wohnraum. Die hätt ich auch noch einsammeln können, aber mir war grad nicht danach. Wuhu! Ne. Eigentlich könnte ich weiter solchen Bullshit labern, aber irgendwie mag ich grad nicht. Wuhu! So. Das ist ein C. D. Hahaha. I didn't use all my strength. Der Spruch gefällt mir. Oh, pfff. Naja. Ich glaub, dann schneid ich gleich erstmal, wenn ich in der nächsten Stage bin. Ach nee, guck, ach nee, Kuckpup. Jetzt kommt ja ein Boss. Jetzt kommt ja Big Boss' Time. Ähm, ja. Lassen wir das mal laufen. Ja, da ist noch der Egghog obendrauf. Egg Airbitchfoss. Das ist so ein Packboss. Aber den gibt's erst im nächsten Video. Ich muss jetzt hier einmal schnell schneiden und bin gleich wieder für euch da. Bis gleich, Leute. See ya.